Haha Huku duhi Freunde! Ihr werdet euch fragen was das hier ist? Wir haben gerade vorhin einen Episode aufgenommen, aber keinen Ton, jetzt haben wir uns doch bevor wir da irgendwie Geschichten noch aufnehmen, was meistens nicht gut wird, aber vom Kommentia her so immer die letzte Folge war da schlecht, ihr verm금 hat vielleicht doch was, egal wir machen jetzt hier weiter also ihr habt gesehen was es war es war , ihr habt schon gesagt, wenn es einen Gott gibt, dann hat der bei diesem Konstrukt zugeschaut und ist selber ins Schwitzen gekommen, weil sie dachte, oh Gott. Das ist, als würdest du als Peter sagen, oh Peter. Nein, das habe ich nicht geschafft. Das hast du nicht geschafft? Nein, das habe ich nicht geschafft. Okay. So schon mal gar nicht. Ja, so schon mal gar nicht. Es sind nicht viele Blöcke, wenn du mich fragst. Nein, nein, und ich muss am Ende eine Brücke bauen, verstehst du? Eine Brücke? Eine Brücke. Ausnerbrücke. Ausnerbrücke, ah. Ausnerbrücke kenne ich. Da war der Peter früher mit mir zusammen. Das war in den 1960er-Jahren, glaube ich. Das ist ja auch Schwachsinn. Ich glaube, das geht. Die Brücke geht. Das heißt, einer. Jawohl, Peter. Jetzt musst du halt da genau das Gleiche machen. Genau das Gleiche. Genau so, Peter. Du machst das. Du machst das. Ja, aber es wird nicht gehen. Du willst gleich sehen, warum es nicht geht. Weil der nicht lang genug ist. Oh. Das habe ich euch auch schon probiert. Schaut euch das an. Der fällt da durch. Wie ein Wollschlipphaut. Oh, scheiß mich an. Oh, scheiß mich an. Reiß mich an. Der Rest ist hart. Der Rest ist solide, verstehst du? Solide Snarker. Solide Snarker. Ja, dann geht es ganz anders an. Dann... Warte mal, halt das, was ich so mache. Schau mal. Nein. Nein, warte mal. Hang einmal so an, dass du die da... Tu das doch mal quer da da um mich. Also praktisch da her. Da her. So, ja. Mach einmal. Und das tust drüber ein, eventuell. Oder direkt so. Wenn es so hält. Ja. Ja, dann tust du so. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage. Jetzt musst du das irgendwie, wenn das so hält, dann haben wir es. Dann haben wir es. Dann haben wir es. Wir haben es, glaube ich. Ja. Weil dann geht es sich aus. Glaubst du, dass es sich auskommt? Perfetto Maretto aus. Das ist schön. Das ist... Das habe ich gesehen. Ja, ich sage, ich habe ich abgemessen. Oh, viel Spaß. Oh, viel Spaß. Oh, ja, danke. Das ist wie etwas Feibäder dabei. Ja, Feibäder. Freunde, das da rechts. Das ist der geschissene Bernd. Der geschissene Bernd ist ein bisschen eifersüchtig auf dem Peter. Weil der Peter die Margit gehabt hat. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Und der geschissene Bernd meint jetzt immer, schau mal, Peter, ich habe da ein Haus gebaut. Und Peter, kannst du das auch, oder hat dich die Margit deswegen verlassen? Geschissene. Geschissene. Und der Peter sagt dann, pass auf, Bernd. Geschissene. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ich baue dir jetzt einmal eine Heisel, die besser ist wie deins. Ich baue es vielleicht, das ist für die Ewigkeit. So wie ich und die Margit. Aber, der Bernd weiß ja, dass die Margit Schluss noch hat mit Peter. Nur, der Peter würde es noch nicht ganz wahrhaben. Der kommt schon wieder. Er hat schon gesagt, nein, nein, die holt mir nur ein Würziger mal. Die kommt schon. Sie kann man immer wieder. Sie kann man alle wieder. Das ist so ein Moment, wo man dann einfach ganz lang so schaut, so in die Lehre, so nachdenkt, so. Was habe ich gerade gesagt? Ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, sie kann man nicht alle wieder. Ich glaube, sie kann man einfach gar nicht wieder. Das ist nur 24 Sekunden. Das schaut echt gut aus. Ich meine, wenn du der Peter bist, das den ich kennt, dann haltest du das aus, Peter. Du schaffst das. Das war jetzt nicht unbedingt Sportler, Peter. So kann ich den, Peter. Du hast das fast. Du hast das fast. Du baust da deine neue Zukunft auf. Die Margit ist zwar mehr da, aber es häutet. Aber es häutet. Jawohl. Das war schön. Regelungeränderung. In der richtigen Spur. Maria und Josef. Regelungeränderung. Das war ein First Try. Das war schon gut. Das war schon. Schau dir das an. Ich hätte meinen, ich dachte, dass das ganz oben das Ruder noch runterpflückt. Das hätte irgendwie... Das war nice. Was machen die Durchsichtigen eigentlich? Die rutschen. Das sind Eis. Das sind Eisblöcke. Die rutschen. Okay. Was? Oh, der war fast das. Die schaust du gut aus. Die ist illegal. Hier stand es ein ignorierenderer你好. SieTE sind Maria. Hände, schaust du nicht. Ich sah es! Sieht das auch die Führungστus. die Gäste und der Rechtsanwälter aus der Welt der Europäer Gäste was also wie ein Körner bin der ist der Gleis und Werte ist warum gut also nur in mir der die die wir wollen mit dem Rödern Peter und so sehr so sehr impulsiv wie ein Höschen Peter, zieh mich schon was geiles. Zieh zu und lerne! Du brauchst doch nicht nur Schwachsinn zum... Hin und wieder, hat Bill Gates gesagt. Maria und Josef, was einfach nur Wachsinn ist schon nicht okay. Ist Schwachsinn das, was einen vorantreibt? Na, ist es nicht. Das war zu viel Schwachsinn. Du konzentrieren zur Worte. Na, aber ich kann da auch nicht schief tun mit dem. Dieser Teil, das passt mir nicht in mein Konzept. Ich meine, das war nicht geplant. Da habe ich mir ein lächerchen. Ja, komm! Das war jetzt ungeil, Feu. Was willst du jetzt fahren steuern? Ich weiß es doch auch nicht. Der lässt mich ja nicht. Der will nicht. Der lässt mich nicht haben. Was ist, wenn du das jetzt mal drast, so dass das da schon steht? Es geht so wie, da rechts. Nur mal dran, dran, mal. Und dann ist es da noch mehr. An die Kanten legst das. Genau so. Ja, aber nicht einmal in der gleichen Sprache. Ich bin anders, aber praktisch selber. Oh, Romeo und Julian. Das habe ich irgendwie keinmal gesehen. Ja, ja. Das habe ich eigentlich keinmal gesehen, wenn man dachte, oh, naja, wir machen es. Ich meine, Wunder passiert. Ich probiere es einmal. Vielleicht bleibt schon bei mir. Vielleicht nicht. Beda, es gibt Dinge, die muss man probiert haben im Leben. So, wir haben ein paar Anfangsschwierigkeiten gehabt, aber es ist, es geht alles voran. Das Leben geht weiter, die Margit wird dick und der Beda kriegt irgendwann sein verdientes Wurschtzimmer. Nur das Problem ist, wenn er es kriegt, ist er wahrscheinlich schon tot. So wie da jetzt. Ganz ruhig. Jetzt hast du da jetzt wieder eine. Ja. Das ist, das ist... Jetzt gar nicht dapper, das ist gar nicht dapper. Du haust es da dran. Ja. Das geht gut, das geht gerade echt nicht so scheiße. Jetzt haust es da allein, allein, da unten rein. Achso. Boah. Das ist schon... Risky Business. Das ist ziemlich Risky Business, oder? Das wird der Beda nie machen. Fuck. Das geht nicht aus. Du kommst nicht gescheit um mich. Du kommst nicht schon, du hab ich es mit dir hier auf einen Diener, da hast du ein Geschichts. Es ist so ein bisschen schon. Du kommst nicht. Jetzt ist es so wieder herkennen. So wohl drin, oder? So wohl drin, oder? So wohl drin, oder? Oh Gott. Du kennst das auch, du musst so perfekt einkommen. Fuck. Das war perfekt. Na, das ist echt echt nicht easy, dass du da perfekt einkommst. Wenn du ankommst, dann lass dann doch doch lieber los, das. Sag, um. Sag, um. Das ist wie wenn er einfach einen Ziegelstein gegenwandt, dann läufst du so rein da und dann, oh, dass das nicht kalten hat, mei, Margit, jetzt seien wir nicht Päder, das hätte ja sein können. Ja, ja, schau, schau, du bist ein bisschen zu froh und dann sagt er, okay, dann läufst du da an der Wand. Das ist wie wenn der Päder probiert ohne Zement oder so arbeiten. Jawoll, Päder, jawoll, geben wir sie so viel. Das ist wie wenn der Päder ohne Kondom die Margit pickt. Aber das ist dann bei euch schon überwust, da passiert nix mehr. Sag mal das, sag mal das, sag mal das, das. Wie halt ist der Päder, was sagst du? 25. 25! Keine Ahnung, wie schwerst der Alkoholiker sein. Wie. 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 Schwerst der Alkoholiker. Wup, wup. Ja, jetzt hau den da dran, das, das halt. Cabron. Und jetzt hast du das da wirklich so drauf. Ja. Cabron. Boah, wärst du jetzt aber gefallen. Und das kennt man so eine Hau und hier rät. Ja und den nächsten. Ich weiß es ja net. Das kann ich da. Eventuell net. Wahrscheinlich net. Wahrscheinlich net. Wahrscheinlich einfach net. Ich habe meinen Meister gefunden. Was? I can brief. Fick. Wetter. Wetter. Wenn du direkt da rein stößt. Stell dir mal da rein. Da. Wirklich so wie man zu tun hat. Ja ja. Nein, nicht ganz. Aber da dran ein bisschen. Und dann stößt ich gleich da rein. Das, das. Nur ist das da. Genau. Nein, dran einmal. Und jetzt da rein. Da rein. Da haben wir. Genau so. Und jetzt hast du den da unten. Mhm. Peter. I see what's happening. Hier. Und jetzt? Ja, keine Ahnung. Ha. So weit habe ich den da rein. So weit habe ich auch nicht. Ah, Peter. 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 Warte mal, Peter. Dann bin ich da rein. Mit viel Schmacken. Schmacken wir den da rein? Wir schmacken den da rein. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Scheißfrage. Wir könnten den da eine schmacken. Schmacken? Aber dann. Dann pass es. Dann haben wir uns in Zukunft verbaut. Aber die Firma muss gerettet werden. Damit hat keiner rechnen können. Nein, damit hat keiner rechnen können. Damit hat echt keiner rechnen können. Doch ich. Ja. Ja. Das da rechts ist der geschissene Lehrling. Und der geschissene Lehrling bringt uns immer die falschen Werkzeuge. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Und manchmal bringt er es uns einen Ketten. Wo immer nicht was lösen. Nur mit den Ketten. Manchmal. So dass ich es nicht einmal trauen kann. Ja. Es ist eigentlich nicht so. Nicht feigeil von ihm. Feigeil. Feigeil. Ich habe eine Idee. Was denn? Ich habe eine Idee. Ich weiß wie man das Werkzeug benutzen kann. Wie denn? Machst du das gleiche wie vorher? So? Ja genau. Ja das geht immer gut. Weil da habe ich ein bisschen nur Spülraum. Und jetzt haust du denn da rein? So da rein? Ja ja da rein. Okay. Das höre ich mir nämlich auch schon. Ob das jetzt vielleicht irgendwie gescheit war. Peter ist nicht da. Und jetzt raust du denn und haust ihn da unten rein. So meinst. Ja. Bist du voll sicher? Ja ich bin voll sicher. Das schaffst du jetzt. Ja ja. Schwachsinn. Ja Peter. Schwachsinn ey. Weil das scheiße ist was der da baut hat. Schau das ist was der Lehrling da baut hat. Schwachsinn einer. Ich muss auf Scheiße aufbauen. Der Lehrling hat das Scheiße gebaut und jetzt muss ich das Scheiße weiterbauen. Scheiße Lehrling. Was bringst du mal die Ketten da oben? Kräpp hab ich gesagt. Kräppte. 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 Das ist was zum Essen. Französisch. Kennst du denn Französisch? Kennst du denn Jacques Rousseau? Und McDonalds? Doch du musst jetzt nicht laufen da. Aber das soll jetzt gescheiter drin sein. Ja und dann? Ja genau hängt dann noch dran. Ich weiß nicht wo das hinführen soll Peter. Ja genau. Es führt zu nichts. Es führt zu kack und verzweiflung. Es geht doch nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht Digga. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Nee. Doch das funktioniert auf jeden Fall. Funktioniert ja. Das war ans zweite links. Ans zweite links. Hier das war ans zweite links. Das geht schon. Vielleicht wird. Vielleicht wird der ist ja die nächste Miss Austria. Vielleicht. Babsi Busenberger wird die nächste Miss Austria. Der zum Teil ist Babsi Busenberger. Keine Ahnung. Ich bin mir sicher es gibt eine scheiß Babsi Busenberger. Sicher eine Pornodarstellerin. Ja und darf ein Pornodarstellerin nicht die nächste Miss Austria werden. Warum nicht? Warte das ist glaube ich ein zweiter. Na 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 na. Oh Peter. Oh Peter. Oh Peter. Siehst du das? Ich glaube ich habe eine Gehaltsübung verdient Peter. Ich glaube das zeige ich dem Chef. Heute Abend noch. Heute Abend noch. Heute Abend noch. Heute Abend noch. Drei und drei da. Ach so meinst du. Ja. So. Peter. Bist du das nicht? Das ist jetzt eh scheiße. Oh. Peter. Scheiße. Fuck. Kokon. Hohrensohn. Scheißlehrling. Dreckiger Wixer. Das kannst du nicht bauen oder? Das kannst du nicht aus 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 oder? Scheiße. Wixer. Peter. Aber es war schon gut. Es gibt einen Babsi Rosenberger. Ja aber kein Busenberger. Siehst du das? Siehst du sie? Habt ihr meine Charaktere in Beto? Die ich bereit bin mit der Welt zu teilen? Komm schon Peter. Bleib daheim. Bleib daheim. Da steht Peter. Kauf doch noch Bier Peter. Kauf doch noch Scheißbier. Schau mal ob es Babsi Pornos ist. Ja es gibt Babsi Pornos. Es gibt Babsi Pornos. Es gibt Babsi Pornos. Naja du kannst einfach Babsi in die Tag schreiben und dann guckt es ab. Pornobabsi verurteilt. Bin ein Engerl. Oberösterreich. Oh nice. Jene. Jene. 29 Jährige. Jene Digga. Jene. Jene. Deren in der Pfarrkirche. Wie viele? 29? Oh das ist die. Jene. Die 29 Jährige. Deren in der Pfarrkirche Gehörsching gedrehter Pornofilm über viele österreichische Bildschirme geflimmert wurde. Am Donnerstag in Linz drei Monate bedingt verurteilt. Oh Gott. Ich finde es unmenschlich wirklich sagte sie zuvor. Habe nicht gewusst dass die Rearbeiten in der religiösen Einrichtung illegal waren. Oh Peter. Das war das fucking Bild was wir gesehen haben. Welches Bild haben wir gesehen? Das da. Oh Peter. Oh Peter. Ich glaube. Ja. Was hast du jetzt veranstaltet da Peter? Hanukka und Weihnachten an Abendtag. Hanukka und Weihnachten an Abendtag Peter. Und es hat funktioniert. Zwar schöne Sachen vereint. Es ist wie wenn es dein Christbaum machst und auf dem hängst die scheiss Kerze halt auch. Wie ja immer die heißt Hanukakerzen oder was ich doch nicht. Ich würde mich freuen, wir sagen jetzt in der nächsten Episode von Fikit Hauers mit einer Regelung Endung. Fikit Hauers? Fikit Hauers. Fikit Hauers mit Babsi Busenberger. Babsi. Babsi. Wuuuh. Freunde lasst uns ein Abo da und ein Like. Babsi da vorne in der Kippen dran. So frech halt. Jawoll. Babsi. Ja. Das war's kein geahnt. Aber was ist wenn sie von Gott gesandt wurde?